Moin Moin, ich bin Gustav, ich studiere hier an der Uni Leipzig und heute möchte ich aufräumen mit den 10 großen Mythen zum Wahlbereich in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Und da kommen wir direkt zu Mythos Nummer 1. Mythos 1. Jeder Studierende der Uni Leipzig kann Module im Wahlbereich belegen. Das stimmt nicht, denn in den Geistes- und Sozialwissenschaften studiert ihr einmal euer Kernfach, wo ihr dann später auch eure Bachelorarbeit schreibt und SQ-Module, sogenannte, das sind Schlüsselqualifikationen und als drittes wählt ihr dann Module im sogenannten Wahlbereich. Dieser umfasst dann am Ende 30 oder 60 von insgesamt 180 zu erbringenden Leistungspunkten. In den Studiengängen Bachelor of Science und im Bachelor of Arts Sportwissenschaft gibt es keinen vergleichbaren Wahlbereich, ebenso wenig im Master, im Staatsexamen und im Diplom. Dafür gibt es in diesen Studiengängen dann andere Wahlmöglichkeiten während des Studiums. Mythos 2. Es gibt zwei Varianten des Wahlbereichs. Der freigestaltbare Wahlbereich und das Wahlfach. Das stimmt, denn ich kann mich entscheiden zwischen freigestaltbarem Wahlbereich oder zwischen einem konkreten Wahlfach, auf das ich mich festlege. Bei einem freigestaltbaren Wahlbereich ist es so, ich kann zum Beispiel im ersten Semester Module aus der Germanistik belegen. Im zweiten Semester entscheide ich mich dann für Kommunikationswissenschaft und Medienwissenschaft. Im dritten Semester belege ich Module aus der Musikwissenschaft und immer so weiter. Und dadurch, dass ich eben diesen Wahlbereich frei gestalten kann, kann ich mich Semester für Semester aus über 35 Fachgebieten immer wieder für den Bereich entscheiden, der mich gerade interessiert. Wenn ich mich jetzt aber von vornherein festlegen möchte, kann ich auch ein konkretes Wahlfach von vornherein belegen, zum Beispiel Politikwissenschaft. Und da gibt es eben auch an der Universität Leipzig ganz viele verschiedene Wahlfächer aus verschiedenen Fachgebieten. Es gibt Wahlfächer mit 30 oder mit 60 Leistungspunkten. Das heißt, ich kann also ein Wahlfach oder zwei Wahlfächer studieren oder aber ich kombiniere ein Wahlfach mit 30 Leistungspunkten mit drei Modulen aus dem freigestaltbaren Wahlbereich. Auch da gibt es also wieder viele Möglichkeiten. Mythos 3. Der Wahlbereich ermöglicht ein sehr individuelles Studium. Auch das stimmt. Denn an der Universität Leipzig studieren 4700 Studierende im Bachelor of Arts und theoretisch kann jeder von denen sein eigenes Studienprofil entwickeln. Durch den Wahlbereich hat eben jeder die Möglichkeit, auch fächerübergreifend sich für bestimmte Dinge noch zu interessieren und da weiter zu studieren. Und so kann man selbst, wenn man am Ende dasselbe Kernfach hat wie andere, am Ende sein komplett eigenes Studienprofil entwickelt haben. Mythos 4. Die Entscheidung freigestaltbarer Wahlbereich oder Wahlfach muss jeder für sich selbst treffen. Das stimmt, aber zum Teil stimmt es auch nicht. Und warum es nicht stimmt, erkläre ich gleich. Jetzt erkläre ich erstmal, warum es richtig ist. Natürlich hat jeder Studierende, jede Studierende hier an der Universität Leipzig das Studium in der eigenen Hand. Und man kann entsprechend seines Interesses eben den Wahlbereich wählen, den man möchte. Hilfreich ist es da vielleicht schon ein bisschen in Richtung Zukunft zu denken. Was brauche ich für den Master? Was hilft mir vielleicht später im Beruf? Hilfreich ist es sicherlich auch erstmal den Stundenplan im Kernfach festzusetzen, um dann eventuell zu schauen, wo sind noch zeitliche Kapazitäten für den Wahlbereich. Auf der anderen Seite hatte ich versprochen, stimmt es auch nicht. Denn hier an der Universität Leipzig wird niemand alleine gelassen. Die zentrale Studienberatung und die Studienkoordination hilft gerne bei allgemeinen Fragen zum Wahlbereich. Sobald es inhaltlich wird oder sobald konkrete organisatorische Details zu klären sind, ist es sicherlich hilfreich, sich an das Institut zu wenden, das eben die entsprechenden Module anbietet. Mythos 5. Im Wahlbereich kann ich Module aller Fachgebiete der Uni Leipzig belegen. Das stimmt nicht. Es gibt zwar viel Angebot im freigestaltbaren Wahlbereich als auch im Wahlfach. Das speist sich aber eher aus den Geistes- und Sozialwissenschaften. In den Bereichen Rechtswissenschaft, Naturwissenschaften, Mathematik und Wirtschaftswissenschaften gibt es dieses Angebot nicht. Man kann da natürlich trotzdem Module aus diesen Bereichen studieren, dann aber zum Beispiel in den fakultätsübergreifenden Schlüsselqualifikationen. Mythos 6. Die Anmeldung für ein Wahlfach erfolgt zu Studienbeginn. Das stimmt. Zu Beginn meines Studiums entscheide ich mich in der Regel für mein Wahlfach und melde mich dann dementsprechend auch zu den Modulen an. Zu den Modulen gibt es immer einen Ablaufplan, welche Module entsprechend empfohlen werden. Ich kann aber auch noch später einsteigen. Sowohl im freigestaltbaren Wahlbereich als auch zum Wahlfach melde ich mich dann Semester für Semester eben entsprechend für die Module einzeln an. Mythos 7. Wenn ich mich für ein Wahlfach entschieden habe, muss ich dieses bis zum Ende meines Studiums beibehalten. Das stimmt nicht. Es ist auch während des Studiums noch möglich, in den freigestaltbaren Wahlbereich zu wechseln. Und das, was man dann bisher im Wahlfach geleistet hat, wird auch anerkannt. Mythos 8. Wenn ich im Wahlbereich mehrfach Module aus dem gleichen Fachgebiet wähle, kann ich so ebenfalls einen Schwerpunkt setzen. Das stimmt. Denn wenn ich mich für ein Wahlfach entscheide, habe ich ja gewissermaßen schon meinen Studienschwerpunkt gesetzt. Und das Wahlfach erscheint dann auch später auf dem Zeugnis. Dasselbe ist im freigestaltbaren Wahlbereich möglich. Auch da kann ich durch gezielte Modulwahl meinen Studienschwerpunkt festlegen. Und auch das kann dann am Ende auf dem Zeugnis stehen. Beim Wahlfach hat man seine Modulplätze über die komplette Laufzeit sicher. Diese Sicherheit ist nicht immer gegeben beim freigestaltbaren Wahlbereich, weil eben manchmal einfach mehr Bewerber als freie Plätze da sind. Auf jeden Fall lohnt es sich, schon bei der Modulwahl zu schauen. Nutzt es mir vielleicht später für den Masterplatz, für die Berufswahl etc. Mythos 9. Ich darf freiwillig mehr machen, als ich laut Studienordnung muss. Das stimmt. Ich kann freiwillig immer mehr studieren, sofern ich natürlich den Platz auch im Modul erhalte. Und die Leistungspunkte, die ich dabei erwerbe, die werden dann hinterher auch bescheinigt. Mythos 10. Ansprechpartner in den Instituten helfen mir bei Fragen zum Thema weiter. Das stimmt. Bei Fragen zum Wahlbereich hilft einem das Institut weiter. Bei allgemeinen Fragen zum Wahlbereich wendet man sich am besten an die zentrale Studienberatung oder die Studienkoordination. Und bei konkreten Fragen zur Einschreibung oder Abmeldung von Wahlfächern, da hilft einem am besten die Studienkoordination. Ihr habt noch weitere Fragen zum Wahlbereich? Dann wendet euch am besten an die Ansprechpartner der Universität. Die helfen euch gerne weiter.